Hupen reinfahren. Hupen reinfahren, nur nicht anhalten. Hupen reinfahren will er auch zurück. Hupen reinfahren, ist aber auch ein Schlauch. Hupen reinfahren, hier kümmern. Hupen reinfahren von den Schlauch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jürgen, okay, Fahrrad bis 77, kommen. Kommen. Jürgen, hört sich nicht. Halten, meistens, Bruch mit Trümerei, ist Kommen. Verscheiden, vor Ort.